doch ein auto stand er umdrehen dann attacke wollen wir immer gib ihm denn warum ein messer können direkt mal stehen bleiben ich würde nicht okay das auto woanders wussten wir noch bei mir ist noch mal ganz woanders großer netze er vorne aus durch ein paar der geradeaus durch kann einer gucken ob der weise bmw und 2 bei den kennig machen wir schlussankündigungen schließen wir seine reifen links rechts links davon so einmal stehen bleiben daher kommen wieder hoch naja das lässt sich dann schussankündigung oder dann sie stehen doch selber auf ihre reifen schließen er ja nie ist klar ist ein ernst oder das macht ja da und sein alter freundlich müssen dann auf die reifen ballern 1160 politik forrest great ocean highway ausrichtung sehr gewährkommend und dann bleiben wir stehen stehen linke reifen hinten recht auch dreht sich jetzt bleiben sie stehen der herrte ist doch quatsch hat er zurückgeschossen soweit ich weiß nicht und vorne links auch kaputt ich habe gerade ganz entspannt ne weil der kommt nicht weg der kommt nicht weg wenn wir jetzt ein gtr haben wir von uns entgegen probieren vorne und einer reifen zu ballern bleib dran schweiz geht 20 dankeschön für den host und sie würde ich mal sagen dass wir mal langsam anhalten hier querbeet zu fahren ich habe ja das freut mich wenn sie nicht gleich anhalten es ist so lächerlich es ist so lächerlich eigentlich tut mir leid dass man das so sagen aber es ist halt so hart sicherlich vor allem wie er gefahren ist also tut mir leid ist es so fehl ohne scheiß also so querbeet dazu fahren ich würde ihn am liebsten aus der karre ballern wenn es ehrlich wollen wir die restlichen reifen die ganze truppe oder verstärkungen gefordert sind jetzt auf wollen wir ihn vielleicht notfalls der richtung wasser unter den abknallen so müssen wir weil ich habe die verstärkung ja er ruft auch verstärkungen ja wirklich er telefoniert auch schon hier über die dinger das ist doch so fehl tut mir leid aber jetzt ist dagegen warum so okay ich ergebe mich ja dann machen wir mal die hände schon mal hoch so und das handy machen sie auch gleich mal weg das ist schon kommt wie mit welchem muskel ergeben sie reden ist aus ja oder ja packten gleich ein und dann weg so dann können sie sich einmal als beifahrer ins polizeihauto setzen machen auch die kollegen oder geht es genau hinten rechts bitte einmal einsteigen macht die tür auf muss man überhaupt mit zwei kaputten reifen beibefahren ist das geht ja es ist kein armer